So meine lieben Damen und Herren, willkommen hierher zurück zu einem neuen Let's Happy Fall hier auf meinem Kanal. Heute mit Syltecune. Natürlich der große Paket mit Mania und Dinosaurier. Wir wollen natürlich gleich ein Freispiel beginnen. Hier haben wir verschiedene einfache kleinen Karten oder auch mittelgroße Karten oder ganz große Karten. Aber ich würde mal sagen, damit ich euch mal zeigen kann, anzocken kann, reicht eigentlich auch die kleine Dinosaurierkarte. Wollen wir mal starten. 50.000 haben am Anfang. So, man kann hier auf der Karte rumklicken und hoch und runter und alles. Man sieht, es ist ein wirklich kleines Gebiet. Für den Anfang ist es aber schon okay, denn man hat hier schon sehr viel Auswahl. Ja, also außerdem muss ich dazu sagen, ab heute... Äh, die ne 3. Ab heute wird das so sein, dass ich nicht meine dicken Kopfhörer aufhabe, sondern an den kleinen Kopfhörer. Also wirklich kleine Kopfhörer. So, wir passen das alles mal hier ein bisschen an. Die sind wirklich in Mini Mini. Die habe ich ein Mixer dafür jetzt gekauft. Und die waren noch nicht gerade belegt. Wir waren noch mal hier. So. Und jetzt müssen wir uns überlegen, welches Tier wir hier zuerst hier rein haben wollen. Wir sehen, die Anfangstiere sind nicht viel. Vlt, keine Ahnung. Stegosaurus, Platosaurus, Galuminium, Aluminium, Silversantiger, Riesenschildkröne, Wollhaar und Monster von noch. Es gibt sogar, aber wenn man hier mal guckt, gesagt, das ist eine größere Auswahl. Äh, wir wollen ja am Anfang mal mit den Dinosauriern anfangen. Das ist schon was Neues. Ich glaube, wenn man es davon noch nicht ist, ist ein bisschen zu klein. Wir machen mal, wir machen die Schildkröte. Und damit sie aber beschützt wird, brauchen wir einen Wissenschaftler. Der Wissenschaftler, den stellen wir hier so ein. So. Der untersucht jetzt. Man sieht hier, überwacht so. Äh, ist denn auch die jetzige Aufgabe. Ja. Mein Mikrofon habe ich näher an mich herangestellt. Damit man mich jetzt auch besser verstehen kann. Finde ich vielleicht gut. Findet ihr vielleicht auch gut, hoffentlich. So, aber in der Zeit, wo der hier sich versucht zu entwickeln, bauen wir mit... Grün Stabilität. Ne, wir brauchen schon was Dickeres. Bauen wir mit diesen Eisen. Nicht drüber springen oder klettern. Okay, die kommen mir ein bisschen leib vor. Deswegen... Wir bauen hier ein kleines Gehege, aber dafür länger nicht. Und überlegen wir uns, was hier für ein Tier rein kann. Allgemein, kurze Erklärung zum Spiel. Das ist ein Aufbau-Simulator von... Von... Ja... Und ein Zoo. Man hat hier noch die verschiedenen Geschäfte. Also trinken, essen, extra Korn. Tun wir hier mal was zu essen. Und hier das trinken. Direkt vor. Davor, erst mal nur davor kloppen. Und sogar noch einen Papierkorb hin. Weiß auch, wie die Leute heutzutage sind. Einfach unordentlich. So. Es kommen schon mal Gäste, um allein nur dieses Ei zu sehen. Man sieht hier... Man kann hier dann auch sehen, was es eigentlich noch braucht. Im Moment ist nur die Pflege durch den Wissenschaftler, der hier ist, nötig. So. Wir sitzen uns wieder hier drüben und überlegen uns, was für ein Tier hier rein kann. Ich würde sagen, ein... Magenten... Sogar einen Jedi kannst du dir kaufen. Aber 10.000... Die sind schon etwas teurer. Was ist denn das? Komm... Die kenne ich überhaupt nicht. Zeig mir jedenfalls jetzt nichts. Und deswegen würde ich sagen... Ein Grauwölf ist doch voll schön. Jetzt können wir mit... Was... Oh, das Ei schlüpft. So. Da ist die Schildkröte. Um die kümmern wir uns gleich. So. Mexikanischer Grauwölf. Ihm fehlt... Mehr Tiere zu machen. Dann wünsche ich ein Spiegel. Mal machen dann. Nicht genügend Grasgelände. Okay, das heißt, das ist kein Gras. Das ist Regenwaldboden. Und da braucht einfach Gras. Okay. Nicht das Gras, sondern das Gras. Wir müssen noch mal hier drüben gucken. Zu viel Gras. Schon. Nicht genügend Erde. Also... Wir nehmen mal hier weg. Und machen dafür ein bisschen Erde hin. So. Zu viel Erde. Oh. Zu viel Gras. Ne gut. Und was braucht er noch? Zu viel Erde. Der Rest ist Süßwasser sein oder was? Okay. Süßwasser. So. Okay. Nicht genügend Süßwasser. Zu viel Süßwasser. Zu viel... Ach, hier unten geht es ja weiter. Stimmt, ja. Nadelbrauer. Nadelboden. Laubboden. Nadelboden. Böden. Hier aber noch... Das war zu viel. So, jetzt kommen wir mal. So. Dann brauchen wir zu dem Pflanzen. Die können wir jetzt machen. In der Zeit aktualisiert sich das vielleicht. Laub. Laub. Das ist kein Laub. Glaube ich. Deswegen Laubbusch. Maka. Gut. Bauen wir hier ein paar hin. So, man sieht hier unten, wie sich das alles ändert. Das war zu viel. Man sieht es. Da. Zu viel. So. Und ein paar Steine wollte er auch noch haben, oder? Mehr Felsen, genau. So, die Felsen sind hier. Da gibt es jetzt nicht unbedingt speziellen. Der hier ist Nadel. Und das ist Tropen. So, die Felsen hier weiter. So, ich glaube, das reicht. Das war mir klar. Deswegen kurzer Stopp. Äh, zu viel Nadel. Nicht genügend Laub. Laub brauche ich auch noch. Okay. Achso. Ich bin auch gut. Ich habe statt Nadel, habe ich, äh, statt Laub, habe ich Nadel genommen. Lassen wir es mal weiterlaufen. Unterstände. Komm, wir können mal gucken. Die Unterstände, glaube ich. Ja, aber ich will die direkt hier ran haben. So. Das war schon zu viel. So. Nicht genügend Nadel. Also, Nadel brauche ich doch. Also, habe ich mich nicht unbedingt verlesen. Zu viel Süßwasser. Das war zu viel. Und dann machen wir noch ein bisschen Laub hin. Wir brauchen, was mir noch einfällt, ein, ein hiervon. Das sind die ganz normalen Tierpfleger. Für die normalen Tiere. Aber auch noch einen davon. Der wartet sich, wartet die ganzen Zäune. So. Wir kümmern uns gleich um. Der ist nicht noch umgeflogen. Um die Schildkröte. Die ist ja nicht ganz so unzufrieden, sieht man. Nicht so unzufrieden, wie der hier. Also, gewesen. Ist zu viel. Krass. Nicht genügend Laub. Also, noch ein bisschen mehr Laub. War zu viel Laub. So. Aber Spielkameraden kümmern uns ja nicht. Weil die Tiere nicht so glücklich sind. Deswegen müssen wir erstmal hier drüben, die noch glücklich bringen. Da haben wir ihn. So. Nicht genügend Süßwasser. Also, Süßwasser brauche ich erstmal. Und das ist ja eine Schildkröte. Also, wird sie viel. Salzwasser. Okay. Also, wird sie viel. Wasser brauchen. Stimmt. Ja, man sieht. Sehr viel Wasser. So, was braucht die noch? Süßwasser. Immer noch. Schnee. Den Schnee machen wir hier am Anfang hin. So. Zu viel Süßwasser. Also, noch ein bisschen Schnee hin. Aber zu viel. Das müsste eigentlich okay gehen. Zu viel Regenbogen. Äh, Regenbogen. Hm. Das ist bestimmt hier drunter. Und am Essen. Äh, zu viel Regenbogen. Felsen. Oh. Falsch. So, die Steine, die können wir sogar ins Wasser setzen. Damit man hier alles zu pflastern hier vorne. So, jetzt mal gucken, wie lange. Machen wir das schon? Okay. Die wollen sehr viel Steine. Braucht man Pflanzen. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Die Pflanze. Uh. Was ist denn das überhaupt? Bedeckter Busch. Äh, Schneebedeckter Busch. Wie sie das machen, hier in der Wärme. Das würde mich auch interessieren. Das war zu viel. Und wünsche ich einen Spielkameraden. Nicht zufrieden zu sein. Okay. Praktisch warum. Eigentlich. Die Tiere sind nicht so gut wie zufrieden. Außer die brauchen, äh. Noch einen Spielkameraden. Auf jeden Fall ist der hier drüben. Äh, und das kann man noch nicht machen. So, äh. Zum Hinsetzen brauchen die vielleicht auch noch was. Vielleicht sind sie dann glücklicher. Machen wir drei Bänke hin. Papierkorb, Papierkorb. Papierkorb, Papierkorb. So, jetzt müssen wir mal warten, bis vielleicht die Tiere wieder freigeschalten sind. Das Tier ist wütend. Warum? Wegen dem Regen. Regenwald, ja. Jetzt würde ich aber gerne wissen, ist hier der Regenwald? Ja, hier. Okay. Dann machen wir eben Schnee hin. No probleme. No probleme können mehr werden. So, bist du jetzt immer noch unzufrieden? Zu viel Regenwald. Ja, wir haben sie. Äh, zu viel Regenwald und zu viel Schnee. Wir müssen jetzt so einen Ausgleich finden. Da ist auch noch ein bisschen. So. So, jetzt sind weitere Objekte nicht verfügbar. Zu viel Regenwald, zu viel Schnee, zu viel Süßbaden. Neue Objekte, ja, vielen Dank. Bringt mir nichts. Ja, jetzt... Da. Zu viel Schnee, zu viel Süßwasser. Hm. So. Zu viel zu beiten. Äh, okay. So, jetzt machen wir mal schnell noch hier Tiere rein. Und zwar... Noch ein männlichen. Und ein paar davon. Und Riesenschildkröte. Ich möchte bestimmt auch noch ein paar Freunde haben. Deswegen kommen hier noch ein paar Riesenschildkröten rein. So. So, so. So, so. So, so. So. Jetzt drehen wir uns mal wieder richtig. Ich muss überlegen, wie es war. So, genau. Und ich möchte natürlich euch noch, äh, die Manias-Tiere zeigen. Da gibt es ja viele. Also, am besten, ich nehme eigentlich öfters diesen. Für euch nehme ich aber heute einen atlantischen Becken. Äh, ja. Und mehr haben wir nicht. Ich weine zwar. Ich bin eine Moräne. Ja. Wir machen mal einen Sägefisch. Sägefisch habe ich eigentlich vorhin gemacht. Der braucht nur Fölzen. Also, das ist ein sehr harmloses Tier. Das finde ich sehr gut. Das braucht nicht so viel. Man merkt, man muss hier auch manchmal ordentlich treffen. Aber ich finde das Spiel eigentlich richtig gut. So zwischendurch habe ich das jetzt eigentlich die ganze Zeit gespielt. Damit ich eigentlich auch eine Ablenkung bekomme von dem, was ich eigentlich hier so mache. Also, man sieht, die Gäste, es werden immer mehr Gäste und das heißt, wir brauchen mal ordentliche Läden. Und vor allem Toiletten. Die Toiletten bauen wir mal hier so hin. Eine. Wir brauchen einen Seebürgerstand. Die wollen ja auch mal was anderes essen. Und ein Dinosaurier-Souvenir-Stand. Und ein Regenwald-Essens-Dings-Ums-Dings-Ding-Jay. Sinnlos? Eigentlich. Hier ist eigentlich größtend. Das ist Deko. So wie hier. Können wir jetzt ein Gäste machen. So. Ist geschlüpft. Jetzt sind hier eigentlich alle geschlüpft. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Wie sieht denn das hier aus? Sind alle munter und frisch. Und die Seed, die brauchen doch veranlassen. Okay. Gut. Jetzt können wir mal hier in Mani gehen. Und der Ding mehr gibt es zum Beispiel hier. Die mögen sie sogar gleich. Mal gucken. Ich mache das öfters in einer Reihe. Also so hier. Bei manchen Tieren muss der ganze Boden bedeckt sein. Können wir mal gucken. Ich muss hier noch so mögen. Das mögen sie zum Beispiel nicht. Eine Muschelbank. Das mögen sie. Richtig ringsherum. Was gibt es denn noch? Rote Dings. Rote Gorgine. Näh. Äh. Okay. Wenn es läuft. Und dieses Geräusch. Bäh. Das war zum Kotzen. Aber gut. So. Mehrschirm. Den wollten sie ja nicht. Was mit den Schlangen Seestern. Wollten sie auch nicht. Also machen wir noch ein paar rote Kogingen in den Reinen. Ich kenne sowas nicht. So. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben die silberne Plakette hervorragend. Die Hegekonstruktion für achtgerechte Gehege mit mindestens ein. Was? Mit mindestens ein Tier oder was? Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht durchgeschrieben. Also ihr seht. Hier brauchen wir schon sehr viel an. Jetzt war es zu viel. Jetzt war es zu viel. Das war zu wenig. Aber es ist gut geeignet. Perfekt. Was will man mehr? So. Das beginnt wieder aus. Jetzt gucken wir uns mal das an. Nicht genügend grauer Stein. Also. Dann machen wir noch ein paar graue Steine rein. Ist halt kein Problem. Dafür sind wir ja da. Dass es gut geht. Ach. Grauer Stein. Ah. Dann fangen sie jetzt das an. Grauer Stein. Ist hier sowas. So. Jetzt haben wir vom Bein etwas weggenommen. Nicht genügend grauer Stein. Noch mal hier noch was so hin. Immer noch nicht. Oder was? Ist gut geeignet. Perfekt. Ja. Jetzt kommen wir hier mal auf die ganzen einzelnen Stände gucken. Unterhaltungskosten von der Toilette sind 50 Dollar. Der Sehbeberstand macht Minus. Ein tiefes Minus. Die Dinosaurier so viel weniger. Das ist der Seher. Oh. Er meinten macht der hier Minus. Das ist nicht gut. Der macht ein Plus Minus Null. Also eigentlich. Das hier. Verkauf mal gleich wieder. Für 1400. Denn das war keine gute Investition. Was ist denn damit? Ich möchte ja auch nie jetzt alle Sachen kaufen. Äh. Es wäre natürlich schön. Aber. Ich mache es nicht. Weil eine Sache fehlt mir zum Beispiel. Es gibt bei Mania später noch eine Pumpe. Damit das überhaupt hier sauber bleibt. Das gibt es im Moment nicht. Eins möchte ich euch aber auch noch zeigen. Das hat was mit Mania zu tun. Also mit den Mania. Marine. Mania. Tiere. Und zwar jetzt mal dieses Becken hier. Man sieht ich bin schon am Ende angelangt. Und deswegen so. Ja. Becken 4. Okay. Und. Verfügungsbecken. Das müsste eigentlich nicht so groß sein. Ich mache es jetzt nur so groß aus. Keine Ahnung. Man ist Becken zu filmen. Es sind einige Objekte einwerfen. Ja. Okay. Äh. Okay. Das war jetzt negativ gewählt. Eigentlich müssen die sich jetzt hier so verbinden. Klappt anscheinend nicht. So wie ich es wollte. Deswegen. Nehmen wir hier das weg. Das weg. Und gucken wir einfach mal was jetzt passiert. Das wollen wir die Beben zusammenführen. Nein. Das war negativ. Das war falsch. Und das habe ich falsch gemacht. Deswegen gehe ich gleich zurück. Weiß ich den? Weiß ich gar nicht mehr. So. Jetzt ist das nach oben. Ist eine Sache, die mal lange dauern kann. Ja klar. Warum man die Beine zusammen. Aber warum kann man die Beine nicht so zusammenfügen? Das ist jetzt für mich ein bisschen sehr spanisch. Also ist für mich jetzt gerade. Doch. Die sind ja schon zusammen. Man sieht es hier. Scheinensleister. Okay. Ähm. Jetzt wollen wir. Schwer. Okay. Schwertball rein. Haben wir nochmal zwei. Und. Schwertball für. Äh. Ball. Vier Tiere. Also. Vier Tiere. Das heißt es. Vier solche Dinge. Und. Wir bauen gleich mal. Die Dinge hin. Die drehen wir. So rum. Die kosten uns auch wieder viel. Ähm. Ich sage jetzt mal. Aber das lohnt sich. Kann sich lohnen. Äh. Kommt drauf an. Wie das ankommt. Wenn es negativ ankommt. Ja. Man habe ich gehabt. Wenn es gut ankommt. Dann ist es gut. So. Den Eingang müssen wir auch noch verschieben. Von dem Becken. Das. Dann. Dann. Den Eingang. Wollte ich. Eigentlich. Da machen wir ihn hier hin. Verlängern wir den Weg ein bisschen. So. gut jetzt kommen wir hier die vorführung machen wir fortlaufend mit beispielen fügen rein dann noch mal zu winken noch mal bei spielen dann spritzen wir mal und dann noch mal zu winken und dann ist die vorführung zu ende für 650 es war ein bisschen jetzt weit weg was brauchen die damit mal die ein bisschen zielig bringen pflanzen ist zu flach und pflanzen felsen okay so wie jedes tier das war zu flach so das dürfte eigentlich niemand nein das ist nicht mal zu flach gut kommen wir mal auf die uhr das ist eine lange folge also das machen okay das war schein kleister also jetzt haue ich hier einfach mal ein paar rein damit die zufrieden sind ein bisschen man sieht hier das wasser wird auch dreckig das kann dreckig werden steine brauchen die felsen das korallen felsen korallenriften mögen sie auch so letzte was sie wollen nee doch nicht sogar noch also wie wir wollen die so eine vorführung beginnt keiner guckt zu aber wir gucken zu ist schade ich weiß auch nicht ob das vielleicht zu teuer ist wir machen es mal vier euro so jetzt kommen erstmal rüber stellen sich in stellung stellen sie in stellung und jetzt was war es das war jetzt so blanschen das ist flosse geben und da weiß ich nicht was das war nicht hier das ist ja verbunden so springt da spritz mit wasser beispiele da beispiele das ist beispiele animation finde ich gut gemacht also ich kann jetzt nicht darum meckern dass ich jetzt sagen dass das schlecht ist was ich je gesehen habe aber für die zeiten wo ich das aber für die zeiten wo ich das wer das ist wünschen sie einen spielkammer ok der wünsche ich immer noch einen spielkameraden das war zu viel das war zu viel also haben wir jetzt übelste viel mänchen drin aber jetzt sind die wieder unzufrieden aber ok egal ist nicht meine schuld die pump habe ich immer noch nicht schade gut aber ich würde mal sagen wenn euch der part gefallen hat ok tut mir leid dass ich jetzt lauter gewonnen ähm gebt einen daumen nach oben schreibt mir natürlich in die kommentare wie euch das spiel hier allgemein gefällt vielleicht soll ich noch mal was noch mal was zeigen ähm wir brauchen hier vom meer denn wenn einer das vorfügung macht kann hier keiner essen geben und sauber machen und die machen nämlich das auch ganz sauber mit so einen saug staubere fürs wasser ey äh mal gucken ob wir es jetzt sehen und ob die beide nur essen verteilen legfutter legfutter ich hoffe die macht jetzt auch sauber nach dem futter legen fisch kuriert hier kuriert hier ich dachte die machen jetzt äh was anderes aber wir werden gleich sehen ebenfalls wenn euch der part gefallen hat gibt den daumen nach oben wenn ihr mehr sehen wollt davon äh sagt es mir natürlich dann baue ich den sogar noch weiter aus bis zum bis zum nächsten zeige was ich eigentlich schon gemacht habe dann das hier bei euch kleiner so jetzt gehen wir hier durch hauen ab in ihr eigentliches gehe mehr mehr felsen ja was nö vergisst es kuriert hier kuriert hier hier macht doch mal sauber ähm becken reinigen jetzt kommt's mal gucken wir mal mal gucken wir mal mal gucken wir mal das und mal so äh winstoß so das damit macht sie sauer ok dann bis zum nächsten mal a da war ja da war z